Wir haben das eigentlich das originale N64-Spiel genommen und dann die Source-Code genommen und dann halt daraus grafisch nochmal eine HD-Vision rausgenommen und das ist eigentlich ganz cool geworden. Ja, und was war das mit dem Dinosaurier-Jagen? Boah, 106.000! 106.000 verteilt! Boah, wir lassen es gelten, weil sonst dauert es hier, glaube ich, gefühlt eine Ewigkeit. Mir soll es egal sein, dann kannst du... Ich bin nicht, ich glaube nicht.